Hallo zusammen, heute ist Sonntag und ich bin diesmal allein unterwegs, weil die Jungs immer wieder so unmotiviert sind. Und ich habe mich heute aufgemacht zum Molka Caves und zu The Humps hier in der Nähe von Heiden. Und das werdet ihr jetzt sehen. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.